Der Mensch, liebe Geschwister, lebt in seinem Leben, nicht nur in seinem irdischen, sondern in seinem gesamten Leben, in drei verschiedenen Städten. Die erste Städte und die erste Wohnung ist die Städte des weltlichen Lebens, des irdischen Lebens, des Diesseits. Daru Ad-Dunia, das Haus des Diesseits, die Städte des Diesseits. In dieser Städte lebt dieser Mensch, um die Gebote Allahs azza wa jal einzuhalten, um so zu leben, wie Allah azza wa jal es von ihm verlangt. Und daher hat Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten und Gesandten entsandt, damit die Menschen mitbekommen, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen will. Und Allah azza wa jal sagte im Koran Und ich habe die Jinn und die Menschen zu nichts anderem erschaffen, als dass sie mir dienen. Und die Jinn, das sind Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala, die, wie der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte Und wie Allah azza wa jal im Koran erwähnte, die aus rauchlosem Feuer erschaffen wurden. Wir können sie nicht sehen, doch sie können uns sehen. Es sind Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala. Auch diese müssen Allah dienen. Also sagte Allah sinngemäß und ich habe die Jinn und die Menschen zu nichts anderem erschaffen, als dass sie mir dienen. Das ist der Sinn des Lebens. Deswegen bist du in dieser Stätte. In dieser Stätte des Diesseits, des irdischen Lebens. Endet nun dieses Leben in dieser Stätte und in diesem Haus, gelangt der Mensch in seine zweite Wohnstätte und es ist die Zwischenstätte zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, dem sogenannten Barzach, dem Leben im Grab. Wenn nun dieses Leben vorbei ist, dann gelangt der Mensch in eine dritte Stätte, in eine Stätte des Verbleibens, Darul Karar. Diese Stätte ist die Endstätte. Diese Station ist die letzte Station des Lebens. Dort bleibt der Mensch und diese ist entweder das Höllenfeuer, möge Allah uns davor bewahren, oder das Paradies, möge Allah uns den Eintritt ins Paradies gewähren. Wenn nun der Mensch stirbt und die Seele entnommen wird, sagt der Prophet alaihi salatu was salam, legen diese Engel die Seele auf ein Tablett. Entweder ist es eins aus dem Paradies, wenn es ein guter Mensch war, ein gläubiger Mensch war, ein praktizierender Mensch war, oder es ist ein Tablett aus der Hölle, möge Allah uns davor bewahren. Wenn es ein schlechter Mensch war, wenn es ein ungläubiger Mensch war, wenn es ein Mensch war, der nicht an Allah subhanahu wa ta'ala und nicht an Al-Rasul salallahu alaihi salam geglaubt hat. Und dann steigen sie mit dieser Seele empor. Und in jedem Himmel wird gefragt, können wir bitteschön durch mit dieser Seele. Und dann wird gesagt, welche Seele ist das? Wessen Seele ist das? Wenn er ein Gläubiger war, dann wird gesagt, es ist die Seele von demjenigen und er wird mit seinen besten Namen genannt. Der schönste Name, den du gemocht hast auf der Welt, wie du genannt wurdest, wie du dich nennen wolltest, so wirst du dann genannt. Ist es aber ein nicht praktizierender Mensch, ist es ein ungläubiger Mensch, ist es ein Frevler gewesen, dann wird ihm nicht gewährt, der Zugang zum nächsten Himmel. Und es wird gesagt, und er wird genannt mit den schlechtesten Namen, mit denen er genannt wurde in seinem Leben. Auf jeden Fall, wenn die Seele nun steigt, emporsteigt, dann kommt sie danach wieder hinunter und dann finden wir uns im Barzach. Wenn die Seele wieder in den Körper reinkommt, dann befindet sich der Mensch nun unter der Erde, im Dunkeln, im Grab. Und hier ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir auch wissen, wenn nun die Leiche genommen wird, getragen wird zum Friedhof, zum Begräbnis, wenn es ein gläubiger Mensch gewesen war, dann sagt er den Leuten, die hören ihn nicht, sie hören ihn nicht, und sie tragen ihn hin, dann sagt er, ja, nimmt mich, nimmt mich zu meinem Grab. Warum? Der wartet auf das schöne Leben, also bitte, ja, Flüsse und Bäsche und Masha'Allah, alles was man will. Rasul a.s.w. sagte, einem Gläubigen erwartet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und keinem je eingefallen ist. Aber wenn es einer ist, der zur Hölle gehen wird, dann sagt er, wo nehmt ihr mich denn mit? Jetzt, lasst mich, ich möchte nicht, dort hinein. Wenn nun der Mensch begraben wird, liebe Geschwister, dann sagte der Prophet a.s.w., dass dann zwei Engel kommen. Es kommen zu ihm zwei Engel, die heißen wie? Munkar und Nakir. Und sie fragen ihn drei Fragen. Welche? Wer ist dein Herr? Wer ist dein Prophet? Und was ist deine Religion? Man Rabbuk, man Dienuk, man Nabiyuk. Der Gläubige nun sagt, mein Herr ist Allah. Und mein Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und meine Religion ist der Islam. Aber der Ungläubige oder derjenige, der nicht in Islam gelebt hat, der wird sagen, äh, äh, ich weiß es nicht. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ich lerne es halt auswendig, wo ist das Problem? Drei Fragen, drei Antworten. Wer ist dein Herr? Allah. Wer ist deine Religion? Islam. Wer ist dein Prophet? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber das kann man nur dann sagen, wenn man gar nicht versteht, worum es geht. Du antwortest nicht im Grab, sondern du antwortest jetzt auf diese Frage. Im Grab sagst du nur noch die Zusammenfassung deiner Antwort. Im Grab sagst du nur noch die Zusammenfassung, aber die eigentliche Antwort gibst du jetzt. Indem du sagst durch dein Leben, wer ist dein Herr? Wer ist dein Herr? Was bedeutet denn, wer ist dein Herr? Also, wer ist derjenige, der das Sagen hat? Wer ist derjenige, der in deinem Leben das Sagen hat? Ist es Allah subhanahu wa ta'ala oder ist es jemand anderes? Allah azzawajal sagt, seht ihr denn nicht denjenigen, dessen Gottheit seine Neigung ist? Seine Gottheit ist was? Wen betet er an? Wem dient er? Er dient sich selbst. Seine Neigung? Ah, ich will nicht beten. Ah, Fasten. Hm, das... Keine Zinsen? Geht nicht. Egal, auch wenn es das Zeichen der Stunde ist. Egal. Ja? Hauptsache ich habe ein Auto. Oder ein Haus. Oder irgendetwas anderes. Es gibt Leute, dessen, deren Herr ist nicht Allah subhanahu wa ta'ala in ihrem Leben. Und deswegen musst du dir jetzt die Frage stellen, ist Allah dein Herr? Ist derjenige, der das Sagen hat? Allah azzawajal sagt, Und keinem gläubigen Mann und keiner gläubigen Frau steht es zu, wenn Allah oder der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, etwas gebetet, sich auszusuchen. Geht nicht. Du kannst dich nicht aussuchen. Ja, der Islam ist schön. Fasten ist gut. Besonders für die Gesundheit. Ja, aber das Beten, das ist schon, also bitte, um 5 Uhr morgens aufstehen oder so, ja, das ist zu viel. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor gewahren.